und damit ganz herzlich willkommen zum signal tutorial erweiterungs 2 video heute geht es um die von carloid erstellten ks signale die sind etwas umfangreicher als die hv signale für mich aber etwas verständlicher von den signal bildern her da kann sich aber jeder selbst ein bild von machen auch hierfür ist wieder das basis tutorial erforderlich und wir sind hier nun wieder am gleichen bahnhof ich habe alle signale wieder entfernt und wir fangen nun an mit dem aussignalisieren mit dem bahnhof auch hier ist es wieder normal dass wir eine ein ausfahrsignal nehmen zum beispiel hier auf der linken seite haben brauchen wir ein ausfahrsignal am flachmast bei den ks signal müssen wir nun mit der bauart unterscheiden denn wir haben ks signale am auslegemast kurz das wäre amk dann haben wir noch auslegemast lang das wäre aml die person benutze ich persönlich selber nie davon gibt es auch eigentlich sehr wenig am meisten gibt es von den amk und es gibt noch flm das wäre flachmast die brauchen wir für die linke seite an den bahnhöfen denn wie wir wissen es gibt keine ausfahrsignale an der linken seite deshalb suchen wir uns hier mal einen flachmast das ist natürlich noch ein bisschen blöd dass es da keine 60er gibt es wird alles noch nachgereicht wir könnten aber auch hier beispielsweise einen wo die zs3 aus ist rein machen haben wir genau das gleiche wir signalisieren einfach frei fahrt das ist absolut kein problem hier könnten wir auch einen mit flachmast reinsetzen ich persönlich setzte da aber immer gerne einen am auslegemast da könnten wir beispielsweise hier einen mit der richtungsanzeige r und dem zp9 dem freie fahrt anzeiger rein machen das ganze sieht dann so aus hier lassen wir nun die linke seite wieder weg hier aus diesem signal fahren wir nun mit einem kombinierten ausfahrsignal raus das wäre in diesem fall das msig hier unten und zwar fahren wir hier einfach mit freier fahrt raus wir könnten auch noch die die ganzen voranzeige ausschalten das würde dann okay das gibt es gar nicht das ist natürlich ein bisschen blöd wir können auch sagen fahr hier mit 120 raus weil es könnte natürlich sein davor war 160 und so weiter und dieses vorsignal das auf dieser seite steht ähm kündigt 120 an das kann man natürlich machen das heißt hier steht nun ein kombiniertes ausfahrsignal zu sehen an der gelben spitze hier hier drüben setzen wir wieder ganz normale flachmast ausfahrsignale wir könnten hier beispielsweise richtung r und mit diesem mit dem zp9 wieder machen für die gütergleise brauchen wir das zp9 nicht denn das wird ausschließlich im personenverkehr genutzt hier könnten wir welche mit mit ausgeschaltetem zs3 machen ja und auch hier drüben könnten wir nochmal einen rein machen mit einem richtungsanzeiger dann wäre unsere unser bahnhof signalisiert kommen wir nun zu unserer güterstrecke hier haben wir unseren 80er einfahrbogen das heißt wir brauchen hier ein einfahrsignal das 80 anseigt ich hoffe wir haben eins ja das ist ein spezielles das könnten wir auch setzen ja hier haben wir eins hier sehen wir es steht rechts und mit ks2 das heißt mit halt erwarten das können wir hier ansetzen und ich persönlich setze bei den ks signalen immer beidseitig denn das ks system ist ziemlich neu und ich glaube im ks system hat man immer beidseitig signalisiert ich bin mir da nicht ganz sicher auf nebenstrecken nicht aber da wir ja sagen dass das hier eine eine hauptstrecke ist mit güter und personenverkehr signalisieren wir auf jeden fall beide seiten gut dann suchen wir uns wieder unseren abstand raus das war hier hinten und in diesem fall kommt auf die linke seite ein auslegemast vorsignal der uns ich mache es jetzt einfach mal richtig der uns 80 anzeigt genau den haben wir hier das ist einmal rechts und der hier ist für links und auf der rechten seite kommt auch ein vorsignal hin das uns 80 anzeigt diese schöne stricken hier außen rum heißt wir wissen durch eine geschwindigkeitsvoranzeige blinkt das ks signal und was beim ks signal auch oft vorkommt man hat wirklich nicht an signalen gespart ks signale werden sehr oft wiederholt das heißt wir verfolgen hier mal hier auf gerader strecke müssten wir jetzt nicht wiederholen aber wenn man jetzt hier als triebfahrzeugführer her kommen würde könnte man ja schon wieder vergessen dass dort hinten 80 signalisiert wurde deshalb machen wir hier einen schönen 80er wiederholer rein dafür bräuchten wir den punkt unten das wäre dieser hier und den setze ich immer kurz bevor die kurve anfängt das wäre in diesem fall vor diesem oberleitungsmasten man kann ihn natürlich auch schon hier reinsetzen weil die ks signale werden doch schon sehr oft auch an hauptstrecken wiederholt denn es könnte ja sein dass dieses vorsignal hier hinten noch rot anzeigt und so müsste man ja ganz also mit mit gleichgeschwindigkeit oder mit kriechgeschwindigkeit dann hier in die kurve reinfahren weil man weiß ja nicht ob dieses hauptsignal immer noch auf rot steht oder ob es zum beispiel schon wieder auf fahrt steht deshalb könnte man dieses signal hier wiederholen denn es könnte ja sein man fährt gerade am signal vorbei und es wird grün und dann sieht man hier schon wieder frühzeitig ah ok signal steht auf grün ich kann nochmal beschleunigen wo es auch viel wiederholt wird ist in kurven weil man da einfach das hauptsignal nicht einsieht das war bei den hv signalen noch nicht so da hat man dann einfach den zug fahren lassen deshalb könnten wir sogar so frech sein und in diese kurve zwei wiederholer reinpacken weil ich sag immer so ich fahr dann immer die strecke ab ich seh jetzt dieses vorsignal ah ok ich seh schon das nächste ich seh aber noch nicht das hauptsignal also fahr ich weiter ok ich seh jetzt dieses vorsignal ich seh jetzt aber auch schon das hauptsignal das heißt immer ein vorsignal irgendwie im blick haben dieses kann man weglassen aber ich würde es jetzt einfach mal da lassen was ich auch schon oft gesehen habe die linke seite wird nicht so oft wiederholt da könnt ihr tendenziell sagen ok ich pack ein rein fertig hat sich's es ist wirklich so da ist nicht da stehen sie nicht wirklich genau gegenüber weil man sagt ok auf der linken seite sparen sie dann geld und sagen ok hier wir setzen nicht so viele vorsignale hin oder vorsignalwiederholer denn es wird ja eh so selten links gefahren aber da könnt ihr natürlich fröhlich dran rumbasteln wie ihr möchtet hier kommen natürlich wie wir gelernt haben an die vorsignaltafel wieder die backen hin kommen wir nun hier oben zu der haupteinfahrt hier unten die gütergleise da kommen wir ja mit 60 rein das heißt wir suchen nun ein Einfahrsignal das uns 60 anseigt es gibt glaube ich aktuell nur nicht so viele da bin ich noch dran dass wir da noch einige mehr erstellen denn 60 ist dann doch schon eine beliebte Einfahrgeschwindigkeit das wäre jetzt natürlich blöd wenn wir keins haben wir haben echt keins das ist äh das ist äh hab ich gesagt ja so wenig ist 60 das ist ja echt bescheuert tut mir echt leid ich muss meinen eigenen mord hier grad kritisieren ja gut dann versuch was mal mit dem flachmast hm jetzt wird's lustig jetzt wird's sehr lustig ok ich sehe schon wir müssen mehr 60er machen wir haben ja überhaupt kein 60er hhh hm 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 Okay, also dann, ähm, stellt euch vor, hier würde 60 dran stehen. Na, bitte vorstellen. Äh, ja, ich sehe schon, ich muss an dem Mod arbeiten. So, auch hier setzen wir dann die linke Seite. Machen wir gleich hier oben. Hier fahren wir mit, äh, mit freier Fahrt rein. Oh. Hättet, genau, jetzt muss ich erklären, weil wir haben hier einmal die Voranzeiger und manchmal ja nicht. Hätten wir jetzt hier eine Strecke, die ohne Weiche in den Bahnhof reinführt, das heißt, die Strecke geht eh nur geradeaus in den Bahnhof rein, ohne Geschwindigkeitsänderung, äh, setzen wir das Einfahrsignal ohne Geschwindigkeitsanzeiger und Voranzeiger. Denn man kann eh nur geradeaus fahren und man kann eh nur mit dieser Geschwindigkeit weiterfahren. Ja, wenn hier, sobald irgendwo eine Weiche drin ist, könnte ja eine Geschwindigkeitsänderung drin sein. Ja, auch wenn wir diese Weiche zum Beispiel nie benutzen. Ja, das heißt, diese Anzeiger sind halt immer aus, aber sie sind halt da. Das ist wichtig. Ja, wenn wir hier nicht, ja, würdet ihr zum Beispiel nie hier irgendeine Weiche benutzen, sondern immer halt nur mit euren 120 in den Bahnhof reinfahren, ja, dann könnt ihr euch hier einfach die ganz normalen ohne Anzeiger, hier ohne Anzeiger bauen. So, wir setzen nun hier wieder unsere Vorsignale. Oh, und auch hier, äh, setze ich auf diese Seite, die, ich setze auf diese Seite genau die Vorsignale, Moment. Und, denn bei den KS-Signalen gibt's, wie gesagt, noch eine kleine Spez, äh, Spezialsache. Genau, so. Ist beispielsweise der Abstand zwischen den Signalen geringer, ja, das könnte zum Beispiel jetzt hier, ähm, haben wir ja gesagt, sind das ja 600 Meter, aber irgendwie die Aufteilung, äh, passt nicht so, dann setzt ihr die Signale dichter zusammen, ist ja alles kein Problem, man muss es nur signalisieren. Das heißt, hier würde eigentlich das nächste Signal stehen, aber irgendwie durch Platzmangel müsst ihr das jetzt beispielsweise hier hinsetzen. So, sagen wir hier hin. Wäre ja eigentlich der Abstand zum nächsten Signal geringer. Deshalb gibt es hier, äh, ich zeig's euch als Auslegemast, ja. Das heißt, wir haben hier die, die M6. Oh, und wir wissen, wir müssen da vorne 60 fahren, wissen wir ja. Deshalb müssen wir ja hier hinten auch 60 vorankündigen. Das wäre dieses Signal hier. Da gibt's später auch noch, äh, weitere Varianten, und zwar, wo nur das ZS3V dran ist, oder, ja, also es gibt später jegliche Bauform, die ihr euch vorstellen könnt. Das ist, wie gesagt, nur eine kleine, ähm, eine kleine Grundmod, die von dem Calloid übernommen worden ist. Es werden immer mehr und mehr Signale hinzugefügt. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Genau. Würde das Signal nun dichter stehen als gewollt, dann müsst ihr euch Signale suchen, die dieses weiße Licht hier links oben haben. Da steht's auch schon, verkürzter Bremswegabstand. Ja, dann müsst ihr, wie gesagt, dieses bauen, weil das signalisiert euch, okay, Moment, hier, der Abstand zum nächsten Signal ist geringer als normal. Ja, und, ähm, wir haben auch jetzt halt das Problem, dass es uns die 60 nicht anzeigt oder ankündigt. Ähm, deshalb würde ich in dem Fall normale Vorsignale, äh, verwenden. Aber ich, das, äh, um es euch halt richtig zu zeigen, setze ich jetzt hier nochmal eins in die Mitte rein. So, diese Strecke gibt's hier nicht. Das heißt, wenn jetzt hier ein Zug vorbeifährt, zeigt's oben an die Streckengeschwindigkeit, 120. Und am nächsten Signal wäre wieder 60. Oder wäre dann 60. Besser gesagt, nicht wieder. Ähm, die linke Seite signalisieren wir nur mit einem Wursignal. Das ist die falsche Art von Signal. So. Und dieses Vorsignal, weil es wieder die Raut, weil es wieder diese Rautetafel hat, müssen wir beschildern. Das heißt, hier setzen wir wieder unsere Barken. Oh, okay, die habe ich vergessen mit reinzunehmen. Es tut mir leid. Also hier setzen wir nun unsere Barken und fertig wäre die Strecke signalisiert. Es gibt noch einen anderen Mod, der schon etwas älter ist. Der ist von BR189. Könnt ihr auch verwenden. Die Signale sind etwa gleich aufgebaut. Dort gibt es aber nur die KS-Signale am Flachmast. Das heißt, diese hier. Und da gibt es auch nicht diese wunderbaren, schönen Anzeiger. Aber ja. Hier nicht zu viel wundern. Der KS-Mod ist noch etwas unvollständig. Falls ihr da noch Signalbilder vermisst, schreibt gerne mir im Forum. Es wurden schon einige Anfragen reingesendet mit Sonderbauformen. Das heißt, mit niedrigem Mast, dass das Signal so gerade auf Höhe von diesem rot-weißen Schild ist. Was natürlich ganz oft gewünscht ist, dass mehr 40, 50, 60, 80 reinkommt. Das wird alles kommen. Wir werden die KS-Signale etwas umstrukturieren. Von der Anordnung her. Ihr könnt, also ihr müsst nicht mehr so viele Sachen downloaden, sondern ihr habt später nur noch einen einzigen Mod, den ihr runterladet. Und könnt dann über die Mod-Option so viele Signale hinzufügen oder jegliche Art von Signale hinzufügen, die ihr möchtet. Das Ganze wird als Update vorgenommen werden. Und ihr könnt eure Signale weiterhin ganz normal verwenden. Das sollte alles nicht das Problem sein. Aber ja, die KS-Signale, das ist nochmal eine Hausnummer für sich. Falls ihr dann nochmal ein extra spezielleres oder genaueres Tutorial sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Für jegliche Anfragen oder Kritik für Kritikpunkte bin ich jederzeit offen. Ich versuche es natürlich auch nur mit dem, oder ich vermittle es euch mit dem Wissen, was ich habe. Falls da ein Lokführer dabei ist, kann gerne mehr dazu sagen. Also ich persönlich finde es, Signaltechnik ein bisschen schwer rüberzubringen, da man ja selber weiß, was dieses Signal bedeutet. Aber das dann in Worte zu fassen ist ein bisschen schwieriger, als man es vielleicht anfangs denkt. Man sagt einfach hier E-Sig, A-Sig dahin und B-Sig dahin. Hier gibt es ja dann noch diese spezielle Form mit dem M-Sig, das heißt die, wo in der Mitte halt stehen. Das wären die... Es sind ja nicht wirklich B-Sigs, sondern ich unterteile die ja auch noch zwischen... Hier sehen wir zum Beispiel M-Sigs mit einem Punkt und wir sehen M-Sigs mit ganz vielen hier unten. Das sind zum Beispiel M-Sigs, hier steht es A-Sig. Das sind lauter Ausfahrsignale, die auch wirklich nur am Bahnhof stehen. Das heißt, es sind kombinierte Ausfahrsignale und diese hier, wo nur M-Sigs stehen, die stehen auf freier Strecke. Okay, das muss man auch noch unterscheiden, also die KS-Signale ist wirklich nochmal eine Mega-Rubrik für sich und ich hoffe, dass es einigermaßen gut rübergekommen ist. Ansonsten wünsche ich euch noch, wie gesagt, für jegliche Kritik bin ich offen. Schreibt mir unten rein, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restzeit und genießt nun den Bau mit den Signalen und macht's gut. Bis dahin, ciao!